ARD Text im Auftrag von Funk Wir sind heute hier bei der 100 Challenge am Festival. Heute ist Donnerstag, 17 Uhr ungefähr. Rick ist da, Derrick ist da. Wir bauen gerade unsere Wagenbock auf. Die saufen schon alle. Warte, kannst du gleich mit runter nehmen. Wohin willst du? Zur Bühne. Alter, das Ding fährt 20 Uhr hier mit dir vielleicht sehen. Schau dir das mal an. Das ist Holger-Sieko. Ja, wir gucken uns jetzt mal die Bühne an. Mal gucken, wer hier noch so alles ist. Der Ding ist natürlich auch. Ich bin da. Weißt du, wo lage ich eigentlich? Wuh, 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 wuh. Oh, 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 oh. Ach, wo du dich vorstellt? Oh, Alter, 30 Uhr. Ah, ist das Ding. Einen guter, Alter. EEEEEEEEEEEEEE. EEEEEEEEEEE. EEEEEEEEEEE. Hey, Nikos Fotografie! Herzlich Willkommen beim My 100th Challenge Festival. Schön euch alle zu sehen. Wir sind hier noch ein bisschen am Strecke bauen. Donnerstag, die Party läuft schon. Hier ist der andere junge Mann. Die Welle höher oder flacher? Hallo MX Brother! Nimm den nicht so ernst. Das ist wirklich Quatsch. Schön, dass ihr da seid. Guckt den Vlog, abonnieren, Glocke und Videos angucken. Ganz wichtig. Instagram-Name. Hier auf der Schildmus-Druck. Auf einen Dank für alles. Gute Fahrt für Movie. Auf den ganzen Tag! Bis zum nächsten Mal. Die bis zum nächsten Mal. Zum Zramadaraj, nächster Käppingsplatz. Rechts sehen sie nichts, links unbekannt, keine Ahnung wer es ist. Und wir werden sehen was hier passiert. Wohin ist es? Ja scheißegal! Wir sind international! Mit der Bierkomitee! Wie regnet du, immer noch! Oh Rio! Auch mal ein paar Drops in der Full Bar! LTS Linie Technik Speed Keine Musik Der Sterne Aller, Moin, Moin, so Lederstunde Aller, Moin, Moin auf die Wunden, so Lederstunde Aller. Leute, was war da gestern schon wieder los? Das ist einfach Donnerstag und... Was? Es ist Freitag. Nein, gestern meine ich. Was war da gestern los? Es war schon wieder zu wild, zweiter Tag. Du musst halt trinken, um überhaupt wieder klar zu kommen. Nee, Moment, ich hab meine Hände. Ja, nackt auch, nackt fühle ich mich. Wo wird das veröffentlicht? Ich hoffe nicht bei YouTube. Nicht bei YouTube. Ey, 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 ey. Krasser, kommst du, wenn die Busen wegkriegen. Boah. Krasser, eins ist, wenn die Busen wegkriegen. Okay, ey, ey. Das ist top, Alter. Mann, du rempelst dich überall durch, ne? Nicht Säge, Alter. Ich komme aus der Ferne, Alter. Ah, nee, soweit sind wir heute noch nicht. Soweit sind wir heute noch nicht. Nee? Nee, absolut nicht. Ich hab ein paar coole Ausnahmen von dir gestern. War eine lange Nacht, war eine lange Nacht. Nee, ist eigentlich die? Nee, ich kann auch nicht trinken. Säge, ist der Buschi. Ich muss heute noch was runter. Das ist mein Kumpels. Das macht dich. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Boah. Ei, ei, ei. Ja, ist doch noch früher am Morgen, ja. Nee, ist natürlich noch morgen. Da bin ich nicht so süß. Jawoll. Ja, Feierabend. Wie geht's hier? Alles schick. Ja, Tag. Ja, Tag eins von drei. Ja, Tag eins von drei. Hallo. Als Sportler ist, dann raucht und trinkt. Und trotzdem trotzdem seine Leistung bringt. LTS, Linien-Technik-Speed. Ich hätte auch gerne eins, ja. Bitte? Ich hätte auch gerne eins. Ja, warte, hol dich jetzt sofort. Und jetzt so auf den Arsch. Hey, guck mal, heute schließt die Vorderkamera. Hier. Ja, ich höre heute auch noch. Leo fühlt sich wohl. Hallo. Hallo. Was ist mein neues Wiki von der Mixbox? Mach mal eine Info. Ach, morgen. Jetzt willkommen bei einem neuen Video von der Mixbox. Heute ist Freitag. Wir sitzen hier bei Schranberg Kamasaki. Hey, hey, hey. Ja, der Film. Werksfahrer. Wir sehen uns dann in Magdeburg am 18, 19. Universaltrichter, Nikos Fotografie. Junge, der zogt drauf, Alter. Wuh, wuh, wuh. Ne, ich würde noch die Tampokstruppe hängen lassen, ganz kurz. Fick dich, Niko. Fick dich. Welcher, Niko? Geh weg. Ja, ja, ja. Ja, ja. Welcome, also, hallo. Neues Video von der Mixboxers. Mit Tampok. Und ich bin auch dabei. Ach so, Uwe, der ist auch dabei. Ne, ne, ich bin Seppe, aber ich bin auch dabei. Ah, moin, hey, wie geht's euch? Ich fahre nicht nach Hause, ich bin müde geworden. Ist der dritte Tag? Bist du dumm, oder? Ich ruf mir gleich Moja und dann fahre ich nach Hause. Ist heute der zweite oder dritte Tag? Fährt Moja hier? Um 18 Uhr sind die freien Trainings. Ab 18 Uhr fahren die? Ja. Moja? Ja. Kleine Pitbike-Leute. Das sind ganz kleine Menschen, die fahren Pitbikes. Ich hasse Wetter. Wetter ist eklig. Hauttyp Null sagt Nein zu Sonnenbrand. Hi. Rotargi sind einfach die Besten. Ist so. Mensch, der Mann mit der Scheißhäuser. Scheiß. So. Oh, die Sorge. Ja. Da wackelt aber auch alle. Im Hader auch. So. Da müssen wir hin, oder was? Ja, da ist noch Flankeball-Tuny, oder? Ja. Und jetzt. Hallo. Hallo. Weil, kannst du außen rollen? Direkt an der Einmeldung fallen. Oh, da ist der Boss, Alter. Ja. Digga, wir brauchen den Hänger. Wir müssen Bier holen. Ja, warte mal. Das wird los jetzt. Ich habe mir schöne Hemden an. Ich habe mir schöne Hemden an. Outsch. Hier geht's selbst. Die Gefühle, das Brämmchen an die Party. Hier bin legendär. Diese Nacht wir niemals werden. Put your hands up in die Air. Hands up, hands up. Heute Nacht gehen wir nach vorn. Wir springen jeden um die Bühne. Wir werden zum Brennen. Techno kennt alle keine Grenzen. Techno geht halt immer weiter. Geile, erschelange, weine Und meistens sind wir noch wetter Wenn alle kaum und keiner ist Weiß man, dass das Take-Noh ist Wir sind alles Take-Noh-Kids und Raven Völlig ausgeprägt wie Beats Fasten Party-Hard, Party-People sind am Start Lass den Alltag jetzt mal liegen Wir wollen den Schuss mit was besiegen Jetzt ist Wochenende, die Gesichter sprechen Wenn die Nase weiß, Augen groß Die Legende, Wochenende Lass uns tanzen, lass uns feiern Lass uns stampfen, lass uns Raven Dance-Fall, Escalation Party, Party, Party Nation Hut ab, Hut ab, heute gehen wir gut ab Take-Noh-Rap, Russia Trade Sprech, Gesang, jetzt bret an es B-B-B-B-B-B-B-B-B-B Geht, geht Lass uns feiern, Leute, gehen wir auf die Piste Leute schimmerblond, geiler Arsch und dicke Titten Sie stand da, an der Bar, ich ging hin, sie sagt ja Lass uns tanzen, alles klar, diese Nacht wird wunderbar Eure Beats sind schnell, meine Beats sind abrettern Der Westen feiert gut, doch der Osten feiert besser Eure Beats sind schnell, meine Beats sind abrettern Der Westen feiert gut, doch der Osten feiert besser Der Osten feiert besser, der Osten feiert besser Besser, besser, der Osten feiert besser Der Osten feiert besser Wefstopp Wefstopp Wef-wef-wef-wefstopp Wefstopp Die Gebrüder bless Die Gebrüder bless Bless, bless, bless Wefstopp 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 Boah, nee, da muss ich kotzen. Da muss... Tschüss, komm! Was ist jetzt hier mit Winkler? Wir sind hier noch was hin. Was? Wefstopp 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 In der Runde noch, in der Runde, ich hol den Ball, okay? Stopp! Oh, halt mal! Ja, warte, warte! Der ging andersrum, aber einziger Grupp von mir. Was ist denn hier? Nein, hier! So, warte! Jetzt kommt euch die Hand und jetzt will ich den Fairplay nehmen! Gattelabzaun! Nee! Wirklich! Ich hab's genau gesehen! Scheiß! Natürlich sind jetzt noch nicht alle draußen! Die erste Stunde noch daneben, guck sich die Strecke an!